Eine nette Truppe auf der Treppe. Woher kommen Sie? Wir kommen alle aus Mönchengladbach. Mönchengladbach? Mönchengladbach. Mönchengladbach, ne? Fußball, ne? Wir kennen das. Sie sind jetzt hier auf der Treppe und noch nicht nebenan in einem Saal, wo der Bundespräsident gleich spricht. Wollen Sie da nicht hingehen? Auch selbstverständlich. Also wir sind seit halb vier auf den Beinen, sind heute Morgen angereist, haben jetzt schon mal die Messe gesehen und gleich gehen wir dann zum Bundespräsidenten. Ist Ihnen klar, dass da kaum mehr Plätze sind? Das fürchte ich gerade, aber ich weiß es eben nicht. Wir versuchen es trotzdem. Wir versuchen es trotzdem. Dann habe ich noch eine Frage. Haben Sie sich für ein ganz bestimmtes Panel schon interessiert, thematisch, wo Sie unbedingt hinwollen? Für ein? Für ein Thema, für ein Panel. Ja, in dem Workshop. Ja, genau. Digitalisierung. Das Forum 1 werden wir besuchen. Wo meine Kollegin Nina Oberländer auch mitdiskutiert. Natürlich. Das ist der Hauptgrund, weil Sie mitdiskutiert. Genau. Und wir dürfen Sie heute Abend auf dem Fest alle wiedersehen. Und dann befragen wir Sie nach der weiteren Stimmung des Tages. Ja, war. Bis später. Herzlichen Dank. Tschüss. 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 Vielen Dank.